Die Wien-Hauptbahnhof über Leo im Hauptbahnhof und Burg an der Muhr fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor B. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor B. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor B. Die First Class befinden sich in Sektor B.